Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Princess Peach Showtime. Erstmal ein komisches Geräusch zum Anfang geben, das muss doch mal sein. Ja, beim letzten Mal haben wir einen kniffligen Fall mit Bomben gelöst und heute haben wir ein Rätsel vor uns, das offenbar die Farbe lila beinhaltet, denn wir müssen den Detektiv-Funkeli heute retten und das machen wir bei der Mission Das lila-Rätsel im Museum. Schon sehr gespannt, was das für ein Fall sein wird. Watson, Zeit für den Einsatz. Okay, es sind auch noch andere Leute. Hm, den Tief-Funkeli? Den habe ich nicht gesehen, kein bisschen. Warum sollte der ausgerechnet hier sein? Sieh dich um, das hier ist ein ganz normales Museum. Ja, so sah es auch gerade von außen aus. Definitiv, ein ganz normales Museum. Was ist das für tolle Neuigkeiten? Ja, die Funkeli hat sich Frau Grape angeschlossen. Großartig, oder? Du kannst dich jetzt einfach entspannen, es gibt nichts mehr für dich zu tun. Du bist fake. Als ob sich einer von euch freuen würde, wenn irgendwas mit Frau Grape ist. Wart mal. Du wolltest mich ja auch gerade für Dump verkaufen, oder? Ihr seid doch alle fake. Ich hab's gesagt, dass hier wäre ein stinknormales Museum. Ähm, Funkeli? Keine Ahnung, was das sein soll. Als ob hier irgendeiner von euch echt wäre. Ich glaubte auch alle selber nicht. Ihr seid aber auch mega verdächtig. der weisheit okay aber was macht die nase der weisheit er lief mit rissen dass diese masken die steigende maske der verwandlungen ich sehe leckere kisten ich kann nicht widerstehen ich muss sie öffnen kann ich damit nicht interagieren ich glaube dass außerdem funkeli hier so oder so kein echter ist so kein echter funkeli dieses jungen quasi theatri schreibe diese notiz für den fein das mir etwas zustunden sollte untersuche zusammengehörige exponat in der richtigen reihenfolge um die tür zu öffnen schon großes können bewiesen wenn du so weit gekommen ist ich glaube ich an dich hier wird gezeichnet direktiv funkeli richtige reihenfolge das ist ja eine nachricht vom direktiv funkeli da finden wir ihn sicherlich hinter dieser tür oder zumindest ein hinweis auf ihn sehen wir uns die exponat an vielleicht finden wir heraus welche von ihnen zusammengehören und noch ein fake ich bestimmten stern allein dafür alle fakes zu finden ist hier noch einer ja hier gibt es nichts zu sehen absolut nicht gehen wir aus dem weg fake ich habe doch alle diese masken der verwandlungen ja die sind nummeriert aus dem weg was habe ich irgendeinen von euch noch glaube hier ist nix real alle wollen sie mich veralbern erstmal hier komplett umschauen hier haben wir echt nicht jemanden der real ist okay die müssen wahrscheinlich alle nach links gucken oder die müssen alle leuchten ich lasse die erst einmal alle in meine richtung gucken okay da ist artefakt nummer drei ich lasse mal alle nach links gucken das ding schließt sich auch nicht bei der oben hat nach links geguckt und die gucken in meine richtung hast du dieses geräusch gehört das kam von oben da krieg dich mein überlegender verstand überbietet sie alle hier sind echt viele kisten das gönne ich mir mal will ich die auch in die anderen richtungen alle einmal einheitlich gucken lassen komm ich lasse die auch mal in die anderen richtungen einheitlich gucken vielleicht passiert da noch mal was da passiert nix nichts vergessen podest suchen okay das ist ja nummer drei das ist nummer zwei jetzt irgendwo eine art von podest das ist nur die nachricht da ist die nummer eins guck mal vielleicht war hier irgendwo eins hier hat es ja angefangen ich werde keinen stern übersehen okay dich will ich zuerst untersuchen da wissen wir dass es richtig ist dann muss ich einmal ein bisschen weiter nach hier hinten da ist nummer zwei auch wenn die tiefdinger hier immer richtig lang dauern mir machen die mitunter am meisten fangen aber jetzt ob ich irgendwem von dem noch glauben würde dass einer von denen echtes sie das denken teapotamin im badert nicht so gegen anfang ist da irgendwas war mit diesen ther dingern was die tür hier ist jetzt offen und wir haben stern nummer eins ich habe jetzt hier nichts weiter gesehen was anderen stern erinnern würde ich bin es hier ist die tiefen was machst du denn hier wie meinst du das ich suche natürlich auch nach dem detektiv funkeli genau wie ihr und wenn die tiefen instinkten sagt mir dass er in diesem raum gefangen gehalten wird aber es gibt ein kleines problem wir haben es mit vier detektiv funkeli zu tun bitte finde den echten wir werden uns erneut treffen ich glaub dir nicht bleibt der helftdetektiv nicht um uns zu helfen schon seltsam hätte ich den detektiv ganz sicher nicht erwartet das ist auch ein fake aber egal so entsprechen wir mit ihnen und finden wir auswärtig wer der echte detektiv ist steht hier davon eine vermutung mit einem geistesblitz sobald du weißt welcher der echt ist auf jeden fall mit jedem einmal reden bevor ich irgendwelche vorherigen schlüsse treffe ich kann hier offenbar kein podest aktivieren ich bin der echte detektiv funkeli schnell verlass dich auf deinen intuitionsblitz äh ok du bist schon mal falsch ich bin es der wahl der detektiv funkeli schön dass du es bis hierher geschafft hast ist hier passiert dass und seit die große frau grape mich gefangen hat verschwinden wir schnell du hast frau äh grape gelobt du kannst es auch nicht sein ich muss nichts weiter sagen ich glaube an den könnensdetektiven denn das wird dich zur Wahrheit führen bei dir habe ich das Gefühl dass du der echte bist ich bin der echte detektiv funkeli wir hauen ab und lösen den Fall schneller als du verstellte stimme sagen kannst wie wäre es wenn ich dich zu meiner ober-detektive nenne und der klang auch nicht eingebildet nee du bist definitiv der richtige die anderen haben so gar nicht wie ein detektiv geklungen die klang wie kogoro vielen dank du hast dich wahrscheinlich als scharfsinnige detektiven erwiesen ich hätte ganz einfach dass du die lösung für dieses problem finden würdest wir sollten nun fliehen wenn ihr Sackgasse hinkommen wollen wir wohl nicht hinaus nehmen wir uns etwas um vielleicht erdenken wir eine nützliche Spur von Kunst hatte ich ja keine ahnung das kann es nicht sein ich möchte alles ganz normal sollten wir zurückgehen und nach einem anderen weg suchen das hängt los ne findest du darauf das funkelteam hat das ist ja ein wirklich großes vergrößerungsstilast viel zu groß um es mitzunehmen es ist nur ein ganz normales laden schild großer büscherstab wenn man einen blick in die büscher wirft das sagte ich mir was da drinnen steht ist mir zu schwierig mir auch in gemäht eines schlosses wer das voll gemalt hat nicht dieser fun echtheit oder wie der hieß ein einziges an was man damit wohl macht ein modell des museums sie noch wie detailliert es ist es war eine menge arbeit das hätte der raum werden sollen aus dem wir zuvor gekommen sind wie seltsam wir scheinen uns in einer anderen dimension zu befinden aber irgendwo muss es einen hinweis geben der uns weiter hilft erst einmal habe ich ein foto des raumes aufgenommen das wird uns noch nützlich sein vielleicht muss ich etwas finden was in diesem raum nicht ist das wäre das vergrößerungsglas zumindest sehe ich hier kann es in einem anderen raum war ein vergrößerungsglas wir sollten in den raum nehmen an zurückkehren und weiter ermitteln ja höchstwahrscheinlich das finden was fehlt also gehe ich von dem vergrößerungsglas aus das wichtig ist zwei sehr ähnliche räume und eine einzige tür die sie verbindet wir sind hier wohl gefangen das ist zumindest ein anschein es muss einen hinweis geben wie uns die flucht gelingen kann ich werde das foto von vorhin an die wand hängen vielleicht kann es uns von nützen sein ist dir irgendwo etwas aufgefallen ja wie gesagt das vergrößerungsglas war in dem anderen raum nicht das ist mir insel aufgefallen dafür gab es auch einen leckeren stern und damit hast du den feige lehre ich gut gemacht ja schnell zum ausgang muss erkunden podest da ist auch ein fiesling versteckt und er nennt sich sternikus sternikus du bist feig du bist feig hier entlang der tief schnell wenn das nicht mein hilfstedetiv ist und du warst sogar schon vor uns hier ja hm dort ist der ausgang das ist das ist noch ein kurzer moment zuerst möchte ich dir einige fragen stellen warum ich meine ja äh sicher wie du weißt liegt auf dem sofa in unserem büro kein einziges kissen angenommen du solltest ein kissen für das sofa kaufen welche farbe würdest du wählen äh sollten wir uns jetzt wirklich gedanken über die innereinrichtung machen aber also wieder wäre ganz hübsch sehr gut als nächstes du bist um 9 uhr verabredet dann kommst du am treffpunkt an das ist jetzt ernst was für eine komische frage zumindest ist die antwort einfach wenn man niemanden um 9 uhr treffen möchte dann ist man auch um 9 uhr da ne der sagte dass er fünf minuten vorher sein muss ah ja verstehe dann noch eine letzte frage was hältst du von dieser grape ah die gute frau grape ähm ich meine genug mit diesen unsinnigen fangen müssen durch diesen ausgang fliehen du bist so hardcore fake ausgezeichnet wir haben alle antworten die wir brauchen du bist fake die funkeliebe nimmt sich heute wirklich merkwürdig ne du weil du nicht eine einzige antwort richtig hattest das war mal nicht gelb orange küssen du hast so hardcore fake ich wusste dass dieser ausgang und dieser hilfe der tiefs beides nur täuschung nun haben wir den nahen ausgehen gefunden wie schnell fliehen wir von hier das haben wir gemeistert hier die sterne waren echt geschenkt also hier konntest du echt keinen verpassen außer der in dem podest aber das podest das war diesmal wenigstens offensichtlich aber das level war mega cool und du hast mir wahrscheinlich ein richtig geiles foto gerade geliefert ich kann ja wahrscheinlich hier oben jetzt etwas kaufen und das relativ spezial kleid das sieht aber recht schick aus das hat wenigstens mal eine andere farbe na gut dann soll ich mal eben kurz den funkeli auf den ganzen etagen funkeli entdeckt er steht hier oben ja wir haben ja auch den hilfsdetektiv entlarvt na gut er hat sich auch nicht wirklich gut wie der echte benommen das war aber auch offensichtlich weil in der welt war legit nur der funkeli gefangen wieso sollte da auf einmal der hilfsdetektiv sein geschweige denn die anderen kameraden die da rumstehen vor allen dingen die haben sich ja wirklich so extrem verdächtig verhalten also nicht zu enttarnen wäre eigentlich schon dämlich gewesen also da hätte man ja wirklich kogoro mori sein müssen um da nicht durch zu blicken na gut leute ich hoffe ihr hattet trotzdem alle spaß mit der heutigen show beim nächsten mal geht es dann an den boss dieser etage und danach geht es dann natürlich auch zur nächsten und wahrscheinlich letzten etage vorm finale etage nicht folge ich hoffe ihr hattet Spaß wenn ja ein abo dalassen ein like und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschau leute bis dann